Ja Leute, der Güterzug wird gleich hier kommen, hört der schon, ja, der wird glaube ich noch nicht gleich abfahren, ich glaube ich höre, das ist eine L44er, glaube ich, eine L44er ist es, glaube ich mal, die hört sich so laut an, Leute, hört die schon, ja, tatsächlich, und doch eine andere Lok, aber Leute, die werden nicht stehen bleiben, sie werden ja noch auf ein Talent warten, weil der wird ja auch gleich kommen, auf Gleis 1 und ja, bis gleich!